Gewinnen Sie eine neue Lebens- und Berufsperspektive mit einer Qualifizierung im Berufsförderungswerk. Wir sind die Experten in der beruflichen Rehabilitation von Menschen, die nach Krankheit oder Unfall nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. Über 15.000 Menschen haben so ihre zweite Chance in Schömberg genutzt. Wir bilden Sie praxisorientiert in einem von 18 anerkannten Berufen aus, begleiten Sie intensiv und schaffen so beste Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen beruflichen Neustart.